Ja, liebe gute Freunde aus der Bauerhause heute, Dienstag, Aktionärsversammlung, Semag, das sind die Saatkartoffelproduzenten des Kantons Bern. Wir haben hier Hauptversammlung und dann gibt es noch ein feines Mittagessen. Zuerst Kaffee, dann Versammlung, nachher Mittagessen. Im Saalbau Kirchberg. Schätzte Aktionäre, sehr verehrte Gäste, wir heißen euch recht herzlich willkommen zu der diesjährigen Aktionärsversammlung von Semag. In meiner Begrüßung schaue ich auf das 20 Jahr Semag zurück. Jeder Weg mit dem Anfall und jede Kreuzung bieten verschiedene Möglichkeiten. Wir sind die Produzenten, welche Gäste? Wir schauen mit Quistergefühl auf das Jahr 20-15 zurück. Negativ sind die diversen Wetterextremen gewesen, die unserer Kulturen teilweise stark geschadet haben. Sehr positiv sind die Nährbedingungen während der Getreidehänge und Getreidehänge auf der Lase und Alltag für die Semag Märk. Als Glücksbringer noch die nötige Portion Glück. Besten Dank. Ich habe den Erfolg genannt. Ich habe die Stimme geblasen und das mit den Stimme geblasen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Was ich damit sagen will, denken Sie sich selbst. Meine Damen und Herren, ich komme jetzt zu meinem Höhepunkt, also zu meinem kleinen Höhepunkt von diesem Jubiläumsgeburtstagstück. Ich gebe Ihnen die Grußbotschaft des Gesamtbundesrates überreicht. Ich gebe Ihnen den Messaggio di Saluto del Concilio Federal. Was damit erledigt ist... Meine Ausprüfungen waren etwas beschränkt zeitlich. Schliesslich sind wir ja nur wegen dem Messen da. Sollten Sie anlässlich anderer Kartoffel- und Getreidefesten einen selbstredenden bundesverräterischen Versprechen benötigen? Ich liege auf nachher. Hoffentlich nicht zu schwer. Eine Karte. Seid furchtbar, äh, fruchtbar und vermehrt euch. Danke. So, jetzt ist Apel on time. Prost-Youtuber.